Der Strandspaziergang Am Ortseingang von Thuvia steht eine alte Fabrik. Dieser hatte ich vor 5 Jahren schon mal gefilmt. Da waren allerdings die Dächer noch auf den Hallen und es wuchsen Bäume heraus. Der Strandspaziergang Da sich der erste Regentag des Urlaubs abzeichnete, haben wir beschlossen, in Richtung Estland weiterzufahren. Der Grenzübertritt gestaltete sich genauso unspektakulär wie im Rest der EU. Pano selbst war jetzt nicht so aufregend. Und dann entstand ein audiovisueller Geburtstagsgruß, den wir euch inklusive seiner Entstehung hier nicht ersparen wollen. Ein bisschen davon können wir ja noch wegschneiden. Also wir singen jetzt Happy Birthday. Los! Nee, ich passe nicht auf. Weiter. Kommst du gar nicht so schwer. 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 Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Helga. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Übernachtet haben wir wieder auf einem kostenfreien Badeplatz in... äh... lest selber. Die Schafäugigen unter euch werden sicher erkennen, dass die Drohnenaufnahmen ab hier nicht mehr in 4K sind. Den Grund dafür, den gibt es später. Den Grund dafür, den gibt es später. Schließlich erreichten wir Tallinn, parkten auf einem Luxusparkplatz und durchstreiften die Stadt. Weil es das noch nicht so schwer hat, können wir jetzt noch nicht mehr in 5K. Ich mach mir doch einfach wie viele Leute. Ich mach mir auf dierevolutionale. Für mich! Und das heißt, die Stadtteiten. Ich hab dich. Ich habe mich. Ich hab dich. 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 Die Stadt war bei weitem nicht so überlaufen, wie wir es zuvor erlebt hatten, was daran lag, dass die Zahl der Kreuzfahrtschiffe deutlich nachgelassen hat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf schnurgeraden Straßen ging es dann weiter in den bösen Osten. Untertitelung des ZDF, 2020